Lebensregel von Hermann Lönz Üb immer Untertänigkeit bis an dein frühes Grab und weiche keinen Finger breit vom Magistrate ab. Sag immer Ja und dann nur Nee, bist du in Minderzahl. Das schadet nichts und macht sogar ganz gut sich auch einmal. Opposition ist pöbelhaft, nach eigener Meinung geht kein feiner Mann. Im Gegenteil, das tut bloß ein Prolet. Drum tue ruhig deine Pflicht, wie sich's für dich gehört. Vielleicht wirst du Senator dann und stirbst einst hochgeehrt. Und jeder, der dein Grab mal sieht, der zieht den Hut und spricht. Er tat stets, was man ihm gesagt und sträubte nie sich nicht. Er ward dem Magistrate nicht zum Ärger und zur Last. Mit einem Wort, er war ein Mann, wie er aufs Rathaus passt. Gerigh of durch das他 nicht zum Ärger und aufs Rathaus MVP ist. Vielen Dank.